Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 125.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.